...warten, damit ich dann auch wieder mehr Geld habe. Ja, das müsste jetzt... Na, es reicht nicht ganz, verdammt. Ne, gleich einen Kredit auf, das ist schlecht. Nein, nein, doch. So, im Moment habe ich mich schon gefreut, aber... ...spiel sagt nein. Baut Straßen. Ja, ne, die räumert nicht. Brauche ich gerade nicht. Gilden kann, die gibt es doch gar nicht. Wo kommen die Gilden überhaupt? Ja, 1215, ne. Baut man gesehen. Oh, dann wollen wir echt mal Schluss machen hier. Heringen, klar. Wollen wir nicht, ein paar Heringe. Kann man schon mal essen, ich meine. Es ist nicht unverregend, was ich wohl sagen muss, das hätte ich gern täglich, aber... Prinzipiell, Heringe kann man schon mal essen, ne. Gut, kann ich jetzt nicht nehmen. Wann kann ich das denn nehmen? 21, zwei Jahre. Leck mich. Leck mich am Arsch. Oh, der macht man ja stetisch. Stetischisch. Plus. Ist ja nicht mehr wie bei armen Leuten jetzt. Ist ja nicht wie bei Delphino. Das man hier... ...kein Geld einnimmt, aber trotzdem 500.000 Darlehen aufnimmt. Können wir auch ne Idee nehmen, aber... Apropos, Hande, sieht's denn aus? Ah, um sich noch nix da umzustellen. Oh, Aggressive Expansion, wo haben wir die denn? Haben wir die da unten? Oh, wir sind nicht so schlimm. Oben sind wir halt schon wieder bei 40, ne. Das wird nie so weit. Ist halt nicht so geil. Hier haben wir noch ein paar Darlehen. Oh, ein Mercantilismus. Geil. Ich glaube, da ist doch noch die 20. Arsfeld ist meins. Meins habe ich schon Ansprüche. Das muss ich gleich mal mit irgendjemandem Spöttischbleibigen. Mein Herrscher könnte doch mal sterben. Wäre das im Rahmen des Mückeln? Dass du einfach mal stirbst. Es fehlt so ein Attentat oder wie Böhmenskaiser. Oh. Okay, jetzt kriege ich vielleicht doch Forderungen. Wieso ist das Böhmenskaiser? Was ist denn der Unsinn? Jetzt kann es unangenehm werden. Das könnte tatsächlich jetzt... Ich sehe ein Problem. Oh, ich habe, ich habe, ich habe, ja. ein paar Böhmenskaiser. Könnte unangenehm werden. Apropos. Ah, die haben jetzt schon alle. das könnte jetzt unangenehm werden das ist sehr gut wir haben sowieso keine Morale am Anfang da hätte ich nicht am Anfang anfangen sollen vielleicht soll ich nicht immer am Anfang anfangen ich hätte 1870 anfangen sollen mal gucken was man in einem Jahr noch schafft nichts Böhm ja ich wollte eh Beziehungen mit euch verbessern wollt ihr nicht vielleicht auch nee wollt ihr nicht natürlich nicht geht los Böhm du musst nach Westen nee das ist nicht so gut habt ihr das in Riefe macht ja klar so wie limitärisch anfühlt ich muss noch kurz wieder jemand beleidigen wie können wir den dann noch beleidigen äh gar keinen das ist jetzt schlecht Bichemius 1 und für dieses hm hab ich noch 1 erfüllt aber kann jetzt auch gerade kein beleidigen und nächstes wird ungünstig sag ich mal so wie lange dauert es jetzt noch wiebrauch 21 das geht doch schon vorendlich steigt die Produktionseffizienz mal wieder um 2% ja geil oh wie war irgendwas anderes so Armee ist ein Truppenlimit wie können wir stehen 20.000 ja leckt mich noch ich könnte meine Armee noch weiter vergrößern ach komm schon scheiße aufs Maximum wir sind eh schon drüber außer Böhm ist eher so interessiert so nach Ungarn zu expandieren nicht viel passierter überall überall alle Sachsen gut da oben also England ist die Party scheinbar ich bin auf dem falschen Kontinent äh äh falsche Welt äh falschen Teil des Spiels Party geht in England hier in Europa nichts los äh so Klinnstart fängt auch langsam an hier loszulegen England ich sag's euch da geht die Party ab hätte ich mal die Angelsachsen genommen aber nee Peter bestand drauf dass ich England und nicht die Angelsachsen nehme ja ich nehme es langsam echt ab das ist unangenehm es war kurz so schön hier dort Hubkinder draußen so Hall oh Hall ist immer noch damit verbündelt ja geil so Plus 2% plus 2% Leute 2% auf alles auch auf Tiernahrung oh oh immer noch plus alles gut ich brauch mal wieder irgendwas wo ich einen Start gründen kann Bamberg ist schwierig das ist halt äh Bamberg ne du machst doch was falsch du bist nicht italienisch ich hätte Bamberg nehmt so wie hat denn keiner gesagt ich soll Bamberg nehmt also wirklich das geht so nicht Leute Ulm schwaben also ja gut aber das erhöht sich jetzt nicht mehr als meine Freunde Schwaben waren ja schon immer meine Freunde habe ich immer sehr gespart an Schwaben fanden die gleich gut habe ich eingeladen nichts zu essen gegeben weil kostet ja Geld habe ich sofort verstanden fand mich direkt sympathisch so wann gibt es die nächste Technologie acht Jahre ja wenn dem so ist können wir auch bestimmen nochmal ich habe jetzt nicht so viel unentwickeltes Zeug kann ich dich vielleicht was erlisieren inzwischen ne ne nur Scheißer ist gerade am Start das ist die einzige Ware Pommern was macht ein Pommer Pommern oder Pommerrell oder Stethin ich hätte auch noch Bart oder Rügen oder Wolgast welchen Teil von Pommern meinst du denn jetzt muss sich schon ein bisschen präziser hier ausdrücken das ist ja auch noch ein Land kommen denn alle diese Lände hierher ach so ja gut aber das hat sich so gut wie erledigt dass da jetzt noch vier Bündsituation muss 10% ja kommt halt trotzdem nichts bei rum Peter ist auch schon gegangen hat auch keinen Bock mehr den Dreck anzugucken also Rekruten ist aber jetzt voll Aggressive Expansion ist runter naja runter runter ist jetzt ja relativ und die Musik erscheint mir ein bisschen lauter aber ne ne Musik passt Musik passt ich bin einfach nur zu leise ich muss öfters ins Mikrofon brüllen wobei morgen spiel ich auch zu 140 da werde ich wieder drinnen na f***t euch kann ich überhaupt 110 haben mehr mit Berater und noch durch meinen Tonführer ging das sogar so kann man alter Herrscher mal sterben das wäre sehr schön das ist ein nützlose sagt scheiße Fürstbischof von Rosenberg bitte stirb mal hier mal das Grillen beenden wir müssen Eroberungen tätigen ich weiß noch nicht so genau wo aber wir müssen sie tun wo könnten wir denn da angreifen vielleicht da unten irgendwo ist recht niedrig alles Ulm Ulm oder Aalen ah ne ich glaube Ulm ist es Ulm 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 ist schon Thüringen angreifen und Thüringen ne das auch mit Wildböcke ist grad nicht so gut ich denke Ulm ist da schon ne sehr gute Wahl Ulm Hellenstein die haben 8000 7000 wo habe ich denn am meisten also wo auf jeden Fall Wildberg Staufenstedt ja das sind die Reiche also Krieg erklären Schwarzberg und Staufenstedt eh ohne Ende grad mal kurz gucken ah die haben gedrillt das heißt wir können die ganz einfach schlucken und dann haben wir noch 16.000 Truppen ja das sieht doch schon mal ganz schön aus ich greife ja gerne Feinde an die keine Chance haben die haben wir gewonnen also Fazit der Sage bringt auch nur so mäßig so die mächtigste Nation im Spiel erstmal schlucken bevor die uns überrennt boah sie zu mächtig wird als dass wir sie noch stoppen könnten oh ich habe ja noch eine Provinz naja wo kann ich sie noch Anspruch finieren Ulm gewonnen sehr gut äh muss ich jetzt mal ganz weit raus rumlaufen die noch feindliche sind ja die haben noch einen Haufen Truppen irgendwo da oben wie gehe ich jetzt erstmal fangen äh Schwaben auf jeden Fall Beziehungen verbessern ähm Bögen gehen natürlich immer so von die ab sind das Ochsenhausen wo wollt ihr denn hin Leute übrigen schneller als ihr und auch stärker haben wir viel weniger Truppen haben wir viel weniger so weg ablehnen alles besetzt ich will nämlich gar nichts Also gut euer Geld und so nehme ich schon, aber sonst möchte ich von euch ehrlich gesagt nix. Also ich würde auf jeden Fall gerne Ulm. Sieht das da aus? Schwierig. Schwierig sieht das schon wieder aus. Dieses Spiel mir nichts geben will. Keine Provinz. Diese Hauptstütze erobern ist halt echt so eine scheiß Navigangelegenheit. Das ist das nächste Mal der Verbündeten. Okay, passt schon. Ich könnte ja das Ding mal erobern, wie sieht man das auch? Na komm. Ja nun mach doch mal. Oh, na endlich. Schon mal ein Upgrade. Keine des Händlers. Nehmen wir wieder Händler. Nehmen wir wieder Händler, komm. 4, 3, 1. Neue Situation minus 1, das war also gar nicht. Aber egal, warum haben wir mehr Straßen? So, wie sieht's denn aus? Ulm. Ich hab gern Ulm. Ist nicht, sagst du. Ulm ist nicht. Er leckt mich doch. Ach, komm schon. Krieg ich halt nichts. Oh, so ein Haufen aggressiv. Ich kann mir halt Ulm nicht anbleiben, also kann ich schon, aber dann löse ich mich sehr schnell danach auf. 2, 4, 6, 8, 9. Da hab ich nicht genug, um mir entgegenzuwirken. Du hast da Anspruch drauf. Ist ja noch schlimmer. Das hier ginge, aber 2, 4, 5. Wobei, dann würde Bamberg halt, ne. Wie ist denn das, wenn ich dich vassalisieren würde? Okay. Das gibt's schon mal nicht, aber ich könnte Ulm zum Vassalen machen. Ähm. Ich muss mal überlegen. Dann werden wir hier erstmal den Krieg nicht. Ähm. Anschluss aufgeben auf Würzburg. Kriegsreperation. Ja, all dein Geld. Handelinfluss. Problem, ich muss einen meiner Verbündeten kündigen. Ähm. Das wäre wohl Schwarzenberg. Kann ich dich auch was ein bisschen nehmen, ne. Das ist halt Ulm. Brauch ich schon später. Aber so. Ja, das muss aber sein. Ja, gut. Dann muss ich jetzt. Natürlich ärgerlich, weil ich da schon so viel. Naja, den Ruh habe ich gar nicht. Ähm. Ich könnte auch immer anders auflösen, aber die sind alle halt größer. Wo kann ich mal? Ja, ich möchte den Mikrogramm aufklösen. Weil ich nicht mehr zu viel Ansprüche habe. Und dann Ulm. Dann geht's.